King Apokalypsis Nein, oder? Der hat vorhin hoch einen Ping früher Der hat einen 140er Ping und der andere 93 Das könnte ein bisschen nervig werden mit dem Ah, ich bin down Bist du teppert? Ich hab den anderen dann nicht gesehen wo er ist Und dann hat er meinen Rücken geschossen Ich hab mir auch immer auf die Augen verloren Ich hab mir auch immer auf die Augen verloren Puh, das spült zuerst komisch Die sind besser Die sind viel besser Vorher habe ich viel passiver spülen können Jetzt muss er sogar was tun Das ist komisch Oh, das geht so Das geht so Ja, sie sind besser. Der hat sich verloren. Niemand verliert gern schlappel, du weißt. Lass man aufstehen. Hilfe! Weiter. Nur mal. Wicken. Und rechnen. Hilfe, Hilfe, Hilfe! Hilfe! Geh holen wir uns hin. Ah, bum bum bum! Das ist so gross. Oh, das ist so gross. Oh, das ist so gross. Ich bin rechts. Und... Ich habe den Wersh. Ich habe den Wersh. Das macht mich. Links. Wo ist er? Ah, jetzt machen wir das selber. Weißt du was komisch ist? Was? Ich habe ihm nicht kommen gehört. Normalerweise höre ich ja alles. Nein, ich habe den auch. Ich habe den voll übersehen gehabt. War nicht blöd, was die gemacht haben. Rechts. Jetzt, da komm. Und dann reden wir davor wieder. Ah, lauf, 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 lauf. Halt in Sicht. Halt in Sicht. Hahahaha. Geh jetzt schon, halt an. Hahahaha. Das gibt es nicht jedes Mal. Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass der rennt. Ich habe mir gedacht, du hast ihn schon. Und auf einmal fickt mich der weg. Ah, das ist witzig. Ich verstehe das, Mann. Wenn du verarschen, kann ich mich auch setzen. Nehmen wir mal. Na, jetzt wollen wir die machen. Hahahaha. Der figg dich doch. Nice Wir müssen das trotzdem greenen Sicher Wir sind das trotzdem, wir sind fuhren Geht schon frei Wir müssen das trotzdem greenen Scheisse Müssen wir noch einmal gewinnen, oder? Ja Bin weg Kann man das jetzt verlieren? Dann haben wir einmal zugefickt Passiver müssen wir spielen Gehen wir mal links her Gehen wir mal links her Weg da, wenn ihr dein Asi bist Ja Ja Super Haben wir es ja nur spannend gemacht Dann die Onyx oder was? Das ist ein Onyx und das ist ein Onyx Der eine war Onyx eins, der andere war Onyx drei Gehen wir mal links her Gehen wir mal an Ja weh Ja